Insider, Experten und die Redaktion habe ich an die alte Försterei geschickt. Ich bin Kessem, euer Liga-Insider und heute stelle ich mir nur eine Frage. Schafft Union die Wende? Let's da go! Geil, ich liebe diese Einspieler und damit starten wir auch direkt mal rein mit Teil 1, Rückblick. Tabellarisch auf 15 durch diesen Last-Minute-Drama-Win gegen den SC Freiburg nur dadurch direkt die Klasse gehalten. Und wir schauen uns mal an, warum die Eisernen denn so weit unten standen. Und ja, das größte Problem war die Champions-League-Teilnahme und das gleichzeitige Kader-Management von Legendentrainer Urs Fischer. Er konnte aus der Mannschaft irgendwie keine Einheit formen und so kam man aus diesem Negativstrudel gerade zum Saisonstart auch nicht mehr raus. Die vielen Trainerwechsel danach, Interim, Bielica, dann wieder ein Interims-Coach, sorgten für noch mehr Unruhe und auch keine klare Handschrift. Und das sieht man hier auch ganz gut in den Statistiken. Gespielt wurde im 5-3-2-System mit einem tiefstehenden Mittelfeldblock unter Urs Fischer. Und die darauf folgenden Trainer konnten halt diese Balance zwischen Pressing und Blockverteidigung nicht wirklich gut balancieren. Und dadurch gingen enorme Lücken auf. Und das sehen wir hier auch ganz gut. Besonders die offensiven Schienenspieler, die kamen bei der Absicherung nach Ballverlust nicht hinterher. Und das resultierte in den meisten zugelassenen Offensivaktionen pro Spiel. Besonders über die linke Seite, da hatten wir Robin Gosens auch oft im Blick im Gamechanger-Podcast. Der oft zu hoch stand, kassierte man die meisten gefährlichen Angriffe über links. Und das ist auch ligaweit der absolute Flop-Wert. Die defensive Stabilität war generell nicht vorhanden. Das beweist auch der Anstieg der zugelassenen Torschüsse mit 476. Vergleicht man das mit dem Wert im Vorjahr? Ja, einfach 24 Prozent mehr. Nur Köln war dann noch schlechter. Apropos Vorjahr, da hatte man sogar noch die zweitbeste Chancenverwertung der Bundesliga. Lag auch an der Torkombi Geraldo Becker und Kevin Behrens. Die sind ja dann auch im letzten Winter abgewandert. Und am Ende war man dann sogar hier auch zweitschwächstes Team in der Chancenverwertung. Durch fehlende Mechanismen, besonders vorne, wurden die Torvorlagen auch zum Fremdkörper. Und auch hier war man zweitschwächstes Team. Die Heim-Auswärts-Deadline würde ich ja auch noch anbringen, weil auswärts ging auch absolut gar nichts. Also das war wirklich wie verhext. Und da kam man auch nur auf 10 Zähler und 11 Tore. 11 Tore die wenigsten, die man auswärts geschossen hatte in der ganzen Liga. Ich würde es so zusammenfassen. Also fehlende Kompaktheit hinten und vorne fehlte so diese strategische Durchschlagskraft. Und bei Union lief einfach alles schlecht letzte Saison. Aber das Gute ist, dass es viele einfache Ansätze gibt, um das zu verbessern. Und dafür wurden ja auch neue Leute geholt. Und wie das klappen kann und warum Union Berlin nichts mit dem Tabellenkeller nächstes Jahr zu tun hat, das zeige ich euch jetzt mal ganz in Ruhe. Teil 2 Kaderanalyse Yes Sir und wir fahren rein in die Kaderanalyse und wir sprechen jetzt zu den Top-Transfers. Und wir haben hier mal die Zugänge und die Abgänge, jeweils die Top 3. Start mit den Zugängen. Und da würde ich erstmal sagen, moin Laszlo Benesch. Der kommt hier vom HSV, hat in zwei Saisons gut abgerissen. 39 Scorer, deswegen highlighte ich den hier mal. Unfassbar feine Klinge beim Freistoß. Und der Mann hat Game-Changer-Potenzial. Also ein Mann, der das Spiel für Union auf jeden Fall entscheiden kann. Und wir erinnern uns auch gerade an die fehlende durchschlagskräftige Strategie im Rückblick. Er wäre ein Mann, der das Offensiv-Game auf ein neues Niveau heben kann. Also unsere Redaktion ist sich da aber auch noch nicht zu 100% sicher, ob er Stammspieler wird und wo genau er spielt. Also Achter oder Zehner, bis er noch nicht beim Team war und die Prognose da einfach schwer ist. Genau, wir müssen es halt sehen, wie er dann im Testspiel zum Beispiel performt oder da auch eingesetzt wird. Neu dabei ist auch Leopold Querfeld mit seinen 20 Jahren auch schon österreichischer Nationalspieler. Er war bei der EM eher Ersatzspieler. Viele Vereine waren wohl an ihm dran. Und er wäre wohl nicht zur Union gekommen, würde man ihm keinen Stammplatz zusichern. Von daher gehen wir davon aus, dass er gesetzt ist. Großgewachsen mit 1,90m, Kopfballstarken, gute Passschärfe. Zwei Elemente, die Union gut tun. Wir haben noch Pretagin, da bin ich auf die Aussprache im Gamechanger-Podcast gespannt. Liebe Grüße da an die Crew. Kommt vom Zweitliga-Absteiger Wiesbaden, war dort der Goal-Getter mit seinen 13 Treffern. Und ob ich den in der VA sehe, da bleibt mal gespannt. Wir wandern mal rüber auf die Abgangsseite. Aktuell hat Union 29 Spieler im Kader. Das sind zu viele für die zwei Wettbewerbe. Sie werden den Kader noch ausdünnen und sich punktuell verstärken, gemäß Andeutung von Präsident Zingler zur Kaderplanung. Denn laut ihm soll, Zitat, vorbereitet sein, dass uns die Besten verlassen. Also, alle drei, die ihr hier seht, haben wir mit einem Fragezeichen versehen. Wir gehen ganz stark davon aus, dass diese Spieler noch den Verein verlassen werden. Mit Leitch sehr wahrscheinlich und Döki wahrscheinlich verlassen zwei Stamm-IVs, Union voraussichtlich. Das wird auch Left-Schiene Gosens sehr wahrscheinlich tun. Der wird nämlich auch ordentlich Geld einbringen. Und das wären dann halt drei Stammspieler, die gehen. Deswegen haben wir die auch schon mal hier so gehighlighted. Leopold haben wir genannt, voraussichtlich der 1-zu-1-Ersatz für Döki. Das sollte passen. Diogo Leisch, sollte der gehen, dann schaut man, glaube ich, auf dem Markt auch noch mal nach einem IV-Linksfuß. Und der wäre dann, glaube ich, wichtig. Und genau, diese Verkäufe hier von Döki, Leitch und Gosens sollten da auf jeden Fall monetär Spielraum verschaffen. Wer könne für Gosens reinrutschen? Da haben wir aktuell Purschatz ausgemacht. Der soll auch umworben sein, gerade in Heidenheim als beste Nachfolger. Ganz spannend. Hinten raus hat man mit Roussillon aber auch immer noch den Backup-Plan. Für die Offensive geistert aktuell der Name Christian Kuame umher. Offensive Flügel, kann aber auch Spitze spielen. Und wir wissen aber nicht, ob man sich da noch mal wirklich verstärkt. Es soll noch eine Königslösung kommen, wenn der gesuchte Spieler zum Profil passt. Vielleicht ist der Ivora dieser Spieler, würde vom AC Florenz kommen, war dort jedoch eher ein Wechselspieler. Besonders durch die Abgänge von Leveling und Torsbüh hat Union auf jeden Fall Geld eingenommen. Was noch für einen wichtigen Transfer-Coup sprechen könnte, weil man hier auch jetzt aktuell eine positive Bilanz erwirtschaftet hat. Und dann halt noch ein LIV oder noch ein Stürmer oder halt beides, je nachdem, wer noch geht und wen Union noch holen will. Ich schließe mal den Talentschuppen auf mit Ayosha Kemlein, 19-jähriger Mittelfeldstrateger aus der eigenen Jugend. War vergangene Saison in der Rückrunde an meine Kiezkicker ausgeliehen und mauserte sich da wirklich zur festen Größe. Stufe ich aber aktuell auch als Backup ein. Wir haben hier noch Kollege Preu, 19-jähriger Flügelspieler. Kann auch beide Schienen beackern. In der Vergangenheit nicht wirklich in Erscheinung getreten bei Union, weil letzte Saison an Ahlen verliehen. In der Vorbereitung hinterlässt er einen ganz soliden Eindruck. Den behalten wir einfach mal im Blick. Zusammenfassend nochmal gesagt, also letzte Saison knapp am Abstieg vorbei. Eine absolute Underperformance gemessen an den Ansprüchen mit dem 11. wertvollsten Bundesliga-Kader. Deswegen braucht man einen neuen Taktgeber auf dem Spielfeld und auch an der Seitenlinie. Und den schauen wir uns mal genauer an im Teil 3. Trainer und Vorbereitung. Here you heard me. Er ist vielleicht der wichtigste Transfer der Unioner. Bo Svensson. Also Svensson steht für Disziplin, Ordnung, Intensität, klare Abläufe. Er wird Union gut tun. Auf jeden Fall. Merkt euch diesen Satz. Perfektes Match für mich. Also Union unter Fischer hat das angreifende Team immer so nach außen gelenkt. Und das war auch Maßgabe von Svensson bei Mainz. Und was braucht man dafür exakt? Man braucht im Zentrum ein Passabfangnetz. Und das wird Bo Svensson installieren. Ziel dabei, dass man die Räume so eng wie möglich macht. Und dadurch die Anspieloption für den Gegner ja verhindert. Und um diese gefährliche Zone einfach zu schützen. Das stand im Trainingslager in Lengfeld auch direkt schon an der Tagesordnung in den ersten Einheiten. Checkt da mal das Interview von Union Berlin, das Videocamp. Key-Spieler notieren wir die defensiven Mittelfeldspieler. Und vor allem die zwei Halbverteidiger in der Dreierkette. Also sie brauchen gutes Timing und eine gute Verbindung. Sowohl nach innen und nach außen. Und können da zu vielen Aktionen kommen. Und da habe ich natürlich auch wieder Leopold Querfeld im Blick. Den merken wir uns einfach mal auch vielleicht sogar auch als Manager tippen. Eine heiße Ware, eine heiße Aktie. Der ist nämlich auch dann im Spielaufbau involviert. Ergo bevorzugte Formation unbedingt mit Dreierkette. Offensiv gerne gesehen, lange Bälle auf Zielspieler mit anschließendem Jagen auf den zweiten Ball. Auch das ist bei Union bekannt. Ebenfalls schnelles Umschalten nach Ballgewinn mit vertikalem Speed in Richtung Tor. Und genau, Abschlüsse, Angriffspressing war man letzte Saison sogar die Top 3. Also auch das passt vom Spielstil. Wir haben die Flanken auch noch notiert. Mit guter Boxbesetzung sind ebenfalls Merkmale von Union und Svensson. Was also unterstreicht, wieso das hier ein perfektes Match ist. Also einfach eine erfolgsversprechende Kombination. Flanken war Union letzte Saison richtig gut. Also da waren sie ligaweit die drei. Und von daher könnte das ein richtig gutes Rezept werden. Yes Sir, also nochmal zusammenfassend gesagt. Bo Svensson und Union, die stehen für defensive Kompaktheit. Die Zugriffe passieren variabel unter Svensson. Das ist vielleicht noch ein bisschen, ein Stückchen besser. Der Gameplan A unter Urs Fischer war immer tief stehen. Das weiß ich noch aus meiner Spitch-Vergangenheit. Liebe Grüße. Und deswegen wird jetzt für Bo Svensson ganz spannend sein, dass er dieses Fingerspitzengefühl beweist, die alte Stärke wieder rauszukitzeln und neue Ideen zu implementieren. Und damit springen wir weiter zu Teil 4, Top 11. Yes Sir, wir kommen zur Spielwiese, zum Herzstück von Liga Insider. Es ist die Top 11 und in den Testspielen bis jetzt. Gegen Dynamo Kiew und Chemie Leipzig hat sich schon wieder so dieses 3-4-2-1 herauskristallisiert. Denkbar auch das 3-5-2 mit drei zentralen Mittelfeldspielern. Dann Rönneau ist im Tor gesetzt. Absolute Dehn-Power mit Bo Svensson. Degor Rik, Degor. Dann haben wir Vogt als zentraler Part der Dreierkette neu dazugeholt. Nicht umsonst querfeld als Quereinsteiger, auch als Stammspieler. Und alles andere wäre für uns eine Überraschung. Linke Seite haben wir das Duell. Weil Diego Leitsch oder halt jemand, der nochmal kommt für ihn. Da ist die Position noch so ein bisschen offen. Wir können uns vorstellen, dass da nochmal ein Mann mit Stammplatzpotenzial geholt wird. Ja, über die rechte Schiene. Trimmel mittlerweile mit 37. Ist schon zu alt. Ist super für die Integration von Querfeld. Sind ja beide Österreicher. War auch der erste Mann, an den er sich gewendet hat. Also hat er da auch schon so ein bisschen Papa-Vibes. Von der Spielzeit her erwarten wir da aber doch weniger. Und deswegen ist Juranovic auch in Play. Auf der linken Seite ein ganz spannendes Duell. Gosens wird wohl abhauen. Puschatz ist noch die Situation unklar. Roussillon wäre, wie gesagt, hier auch unser Backup-Plan. Aber hier ist es noch ein offenes Duell. Gerade auch, wenn Puschatz noch geht. Heidenheim ist im Spiel. Ob dann nochmal jemand Neues kommt. Ja. Und dann haben wir das zentrale Mittelfeld. Da haben wir eine breite Masse an Spielern. Da nenne ich euch mal nur Kedira, Tussar, Haberer, Schäfer, Chemlein, Kral, Benesch. Also da kann sich Bo Svensson wirklich aus dem vollen Nähkästchen bedienen. Die Tendenz aktuell ist jedoch die. Folgende. Kedira hat gute Chancen, sich durchzusetzen. Er war Anker in den Vorjahren auch. Absoluter Schlüsselspieler. Gerade jetzt auch mit dem Abgang von Knoche. Und wie gesagt, Trimmel sollte auch nicht mehr wirklich diese Stammplatzkraft sein. Und daher ist er der Mann des Wortes. Somit lastet auch noch mehr Verantwortung auf ihm. Und ja, der zweite Platz neben ihm ist ganz spannend. Also Schäfer ist Publikumsliebling. Hat Potenzial und bringt gute Leistung. Also gerade auch über seine Zweikampfstärke. Und im Dribbling ist er auch sehr stark. Sollte auch gut in das Profil von Bo Svensson passen. Allerdings in der Vergangenheit sehr verletzungsanfällig. Und auch kein Kandidat für die Offensive. Der hat nämlich auch nur einen Treffer beigesteuert in der letzten Saison. Wenn Svensson da offensiv agieren will, dann ist hier Benes. Den ziehe ich hier direkt mal rein. Ist unser Mann. Der dürfte eine gute Perspektive sein. Kommt ja vom HSV. Wie gesagt, bringt diesen Offensiv-Skillset mit. Kann aber auch sein, dass beide zusammenspielen im 3-5-2. Das male ich uns ja auch nochmal direkt auf. Und dazu ist der Plan einfach noch nicht genau sicher. Wie Svensson mit Benes als slowakischen EM-Fahrer plant. Der hat dann noch ein bisschen extra Urlaub gehabt. Tritt damit später ins Trainingscamp ein. Stößt jetzt aber so langsam dazu. Für die beiden Positionen im offensiven Mittelfeld ist auch er eine Option. Also auch da wäre Benes denkbar. Und dann Schäfer defensiv. Da hat er aber auch Full House. Also da könnte auch Fertessen reinrutschen. Hollerbach hat jetzt auch gespielt und genetzt. Auch wenn nur im Nachschuss beim Elfmeter. Ein Skarke ist neu gekommen. Game Changer aus Darmstadt. Wir haben Volland, wenn wieder fit. Viele Jungs, die auf dieser Position in Frage kommen. Also viele offene Zweikämpfe. Und eine klare Tendenz lässt sich hier noch nicht wirklich ausmachen. Gerade auch mit den Neuzugängen, die jetzt da später dazustoßen. Genau. Absolut Zielspieler vorne. Da haben wir jetzt Jordan. Wenn 3-5-2 gespielt wird, dann könnten wir uns auch vorstellen, dass Pretagin, oder Pretagin, wie auch immer er noch heißen wird, dass der vorne mit reinrutscht. Oder es wäre auch vielleicht eine Möglichkeit, dass man Benes als Hängespitze da hinstellt. Ist eher unwahrscheinlich. Zwei Spitzen sind dann denkbar mit zwei Zielstürmern. Aber wir gehen davon aus, dass es wohl doch dieses 3-4-2-1 wird. Und dann mit einer Stoßstürmerspitze. Und da spricht für Jordan natürlich die Bundesliga-Erfahrung. Und genau, dass der einfach schon auf dieser Position auch bei Gladbach jetzt gespielt hat. Der kennt die Liga und der bringt die Erfahrung einfach mit. Pretagin muss sich eventuell auch nochmal an dieses neue Niveau gewöhnen. Deswegen Rönno, Querfeld, Vogt, Leitsch oder Neuzugang. Genau, wir haben dann im Mittelfeld Juranovic über rechts. Kedira, Schäfer, auch da ein offener Positionskampf. Puscherts über links, wenn er bleibt. Roussillon, Goussillon. Genau, Backup-Plan. Und Volland, Vertessen. So haben wir es gerade in unserer VA auch. Hier denkbar, dass Binnesch reinrutscht für Volland. Vertessen oder Hollerbach. Ich finde Hollerbach echt gut jetzt gerade in den Testspielen. Irgendwie bringt so ein Biss mit irgendwie. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen. War auch wichtig noch im letzten Saisonspiel. Da hat er auch genetzt gegen Freiburg. Hat da das 1-0 geschossen. Und Jordan Upfront. So oder so ähnlich könnte es dann am Ende aussehen. Ja, bin ich ganz gespannt, wen Bo Senson aus dem Hut zaubert. Nice. Und dann kommen wir mal zu den Standards. Und das ist ja auch immer ein netter Bonus in den Manager Games. Und bei den Ecken, da ist er, ist Chefsache. Josip Juranovic. Auch bei den Freistößen, da ist er der Mann. Josip Juranovic. Und bei den Elfmetern. Er hätte den Hattrick perfekt machen können. Letztes Saisonspiel gegen SC Freiburg. Er tritt an, verschießt. Und den zweiten Elfer schoss dann Volland. Auch er, Yannick Haberer, erst im Nachschuss erfolgreich. Und jetzt gab es ein Testspiel. Da war ein ganz anderer Schütze auf einmal am Start. Benedikt Hollerbach gegen Chemie Leipzig. Das 3-0. Aber auch er im Nachschuss. Von daher bleibt der Elfmeter-Shooter-Spot offen. Yes, Sir. Und damit closen wir mal die Top-11. Und wir gehen mal weiter zu Teil 5. Auftaktprogramm. Und wir gehen weiter, genau, zum Auftaktprogramm. Und das ist absolut wichtig, um den Tone zu setten für die Saison. Und da wichtige Siege zu landen. Und natürlich startet Bo Svensson wo? Natürlich geht es nach Mainz an den Bruchweg. Da kennt er sich gut aus. Würde mich nicht wundern, wenn sie eventuell da sogar den Sieg ziehen. Da ich Mainz, aber auch unter Bo Henriksen auch da sehr gut sehe, wird das ein absolutes Bo-Duell. Und es wird auch wahrscheinlich dänisch gesprochen an der Seitendien. Das kann sehr hitzig werden. Ich kann mir einen Sieg vorstellen. Wird aber sehr schwer. Ich würde mal hier einen Punkt vermuten. Dann geht es weiter zu Hause gegen St. Pauli. Musst du einen Sieg holen. Auch wenn ich St. Pauli stark sehe unter dem Neutrainer. Dann RB auswärts. Da kriegst du eine Reise. Hoffenheim zu Hause. Auch das kann man packen. Und dann in Gladbach. Die neu formiert. Auch dann schon ein paar Spiele im Köcher haben. Und dann schon ein bisschen eingespielt sein sollten. Das sehe ich wiederum relativ schwierig, das Spiel. Also ich sehe da auf jeden Fall zwei Heimsiege. Ich glaube, man kann Mainz einen Unentschieden abluchsen. Also gehst du mit sieben Punkten. Vielleicht dann noch einen Unentschieden gegen Hoffenheim. Maximal acht Punkte. Würde ich hier erwarten. Und dann lass uns das alles mal abschließen in Teil 6. Fazit und Prognose. Here we go. Und wir starten mit den Mutmachern für Union Berlin. Und klar ist das einmal der Trainer, Bo Svensson. Der passt zur Union und vice versa. Wir haben die Transfers notiert mit Querfeld und Skarke, den ich auch richtig gut finde. Da bin ich echt gespannt, wie der eingesetzt wird und wie viel Spielzeit er im Endeffekt bekommt. Der kennt die Liga und der war, wie gesagt, der beste Spieler in Darmstadt zu Querfeld. Haben wir auch schon viel gesagt. Der wird hinten, gerade wenn dann die Gegner mit langen Bällen operieren werden, wird er da als Kopfballkämpfer da alles wegräumen. Dann haben wir die Power im Umfeld. Alte Försterei ist immer bei jedem Heimspiel ein super Push. Und die ersten Fans sind auch mitgefahren ins erste Trainingslager. Längenfeld und da hast du auch schon diese Power, diesen Vibe einfach gespürt. Und das Umfeld ist einfach immer da. Wir haben die Problemzone auch angesprochen hier in unserer Analyse heute. Die Situation um die Halbinverteidiger, die muss zeitnah geklärt werden, um halt diese festen Abläufe und Mechanismen einzustudieren. Und deswegen ist es aktuell eine Achillesferse. Und die sollte man so schnell wie möglich auf jeden Fall auf eine konstante Ebene rücken. Dann haben wir die Halbfeldflanken. Letztes Jahr hat man da zu viel zugelassen. Und deswegen braucht man dieses zentrale Passabfangnetz, was Bo Svensson installieren sollte. Und ich habe auch notiert, kein echter Knipser. Denn Jordan war nicht wirklich der Heilsbringer für Gladbach. Dann auch eher auf die Bank sich gesetzt. Und aktuell ist es ein Volland. Also wirklich da kein wirklich richtiger Goalgetter. Da wünscht man sich doch irgendwie jemanden, der die Dinger vorne zieht. Vielleicht kommt auch noch ein neuer. Das ist noch eine offene Baustelle. Ja, und damit kommen wir zum Rating. Und Top 11 geben wir zweieinhalb Sterne. Union ist mehr als die Summe ihrer Teile. Und da wird wieder viel über den Team Spirit gehen. Dann haben wir den Trainer. Das ist super fit. Und die Spielphilosophie passt auch zur Union. Da geben wir vier Sterne. Dann der Kana ist für uns unteres Mittelfeld. Zweieinhalb Sterne. Und ja, der Verein. Union, sie stehen eng zusammen. Und gerade auch durch das gemeinsame Erlebnis im letzten Jahr, mit diesem Abstiegskeller-Krampf, hat das nochmal richtig zusammengeschweißt. Deswegen geben wir hier vier Sterne. Und weil ich dieses Feuer von Verein und Trainer so doll fühle, habe ich immer ein bisschen aufgerundet auf dreieinhalb Sterne. Und deswegen ranken wir Union Berlin overall auf die zwölf. Yes, Sir, my man up front. Das ist mein Gamechanger. Laszlo Benesch. Und den habe ich hier in Hamburg gesehen, wie der da die Wiesbadener auf dem Bierdeckel ausgetanzt hat. Also, den holen die ja nicht zum Spaß. Und gerade haben wir, haben wir auch am Anfang schon genannt, diese Offensivschwäche. Und der neue Taktgeber, den haben sie an der Seitenlinie. Und den brauchen sie natürlich auch auf dem Spielfeld. Von daher, Nachbarkanal Kickbase-Guide, der hat den Benesch schon runtergeredet. Fühle ich gar nicht. Ich sage, das ist der Gamechanger. Das ist der Mann, der Union Berlin offensiv einfach nochmal auf ein ganz anderes Level bringt. Und sie waren das drittschwächste Team. Erzielte Tore mit 33 Stück. Da ging einfach vorne gar nichts. Und deswegen ist Laszlo Benesch auch da, ein absoluter Scoring-Meister. Das habe ich hier nochmal für euch. Die Scoring-Power bringt er mit. Die Standardstärke, was Boos Wenzel auch aktuell in den ersten Trainingseinheiten auch einstudiert hat. Also, von daher kann ich mir vorstellen, dass er wirklich auch da super fit wird. Und dann die Explosionsgefahr. Auch hier brutales Feuer. Der hat diesen Gamechanger-Modus. Der war eigentlich auch immer bester Spieler beim HSV. Und exakt, von daher ist er mein Gamechanger. Und damit nicht genug in den Shownotes. Habe ich nochmal ein Paper verlinkt. Und da hat die Redaktion auch nochmal ihre Gamechanger geleakt. Deswegen schaut mal rein. Da habe ich euch einen Link reingeballert. Und klickt da mal drauf. Da gibt es ein heißes Dokument. Die Gamechanger aus unserer Redaktion. Und aus der Community. Da haben wir nämlich auch den lieben Lostrian. My man, I see you. Den haben wir auch mit drin. Schaut da mal rein. Sehr heiß. Und damit schließe ich die erste Team-Check-Reise ab. Ich hoffe, das ging schon so in die Richtung, die ihr auch fühlt. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wo ihr Union Berlin einrankt. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag. Und sag... 被zerra Das sind die die Bis zum nächsten Mal.